Laura Maria Rüper, Pietro Lombardi, Liebes Schauspiel, ist ihre Beziehung nur Show? Was ist bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rüper nur los? Punkt. Der Sänger soll seinen Ring abgelegt haben? Laura Maria Rüper klagt über schlaflose Nächte und nun verkündet das Paar, sie hätten zusammen ein Haus gekauft. Ist ihre Liebe nur noch Show? Das Liebesdebakel zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rüper nimmt volle Fahrt auf. Denn immer mehr Indizien sprechen dafür, dass das Paar in einer tiefen Liebeskrise steckt. Zeitweise soll die Influencerin dem Sänger nicht mehr auf der Social Media Plattform Instagram gefolgt sein. Auch die Follower der beiden sind in großer Sorge um das Liebesglück. Bin ich die Einzige, die denkt, dass sie getrennt sind? Pietro Lombardi liked oder kommentiert kein Foto mehr von ihr. Keine Storys mehr von ihm und sie bei ihren Eltern. Doch nun scheint sich das Blatt aufs Neue zu wenden. Pietro Lombardi, Laura Maria Rüper, wie geht es um ihre Liebe? Laura Maria Rüper zeigt sich halbwegs gut gelaunt in ihrer Instagram-Story. Sie erzählt ihren Followern, dass sie seit ewigen Zeiten das erste Mal wieder ihr erstes eigenes Auto fährt. Warum sie plötzlich von den prunkvollen Auto, die Pietro so sehr liebt, auf ihren alten Schaltwagen umsteigt, ließ die Influencerin offen. Doch auch dieses Vorkommnis reiht sich in eines von vielen ein. Denn auch auf Instagram gibt es zunehmend viele Spekulationen über ein Liebesaus mit Pietro. Zuletzt hatte Laura Maria überraschend den gemeinsamen Partner-Broadcast-Channel verlassen. Erst hieß es von der 27-Jährigen, Leute, ganz kurz, ich habe hier nichts gelöscht oder sonst was, nur zur Info. Vielleicht ein Systemfehler. Später revidierte sie jedoch ihre Aussage und erklärte, Ja, ich sag es mal so, hab es einfach nicht mehr genutzt und deshalb gelöscht. Alles etwas merkwürdig. Nun urlaubt Laura Maria Rüpa gemeinsam mit Sohn Leano in der Türkei. Auf Instagram verkündet sie ihren Fans. Wir sind angekommen und haben schon die Koffer ausgepackt. Leano hat nicht ein einziges Mal geweint oder war quengelig. Wir gehen jetzt schlafen und ich melde mich morgen bei euch. Währenddessen scheint es auf dem Social-Media-Kanal von Pietro Lombardi ungewöhnlich still zu sein. Ob er sich mit seiner Liebsten im Urlaub befindet, war bisher vollkommen unklar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017